Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Science Road to Trident. Im letzten Let's Play haben wir ja gesehen, wie dieser Killbane, ja, wie soll ich sagen, einfach einer seiner Leute umgelegt hat. Das war nicht gerade cool, oder Leute? Aber ja, wegen dieser Gewalttätigkeit sage ich jetzt hier meinen Standardspruch. Personen mit dem Hang zur Gewalt bitte ich darum, dieses Video nicht anzugucken, denn ich hafte nicht für Amokläufe. Ihr müsst verstehen, dass ich das sage, denn es passiert ziemlich viele Scheiße in der Zeit. Ohne viel weiteres Geräte mache ich einfach weiter. Okay, da hat jemand mir einfach die Knarren weggenommen, das finde ich jetzt überhaupt nicht cool. Muss ich mir jetzt wieder die Pistolen holen, also verstehe ich nicht, aber auch egal. Was soll das denn? Wer hat mir da wieder mein schönes Gewehr gefordert? Ne, doch nicht. Das gab es doch noch. Ja, okay. So, weiter geht's und endlich. Wir gehen jetzt mal nach Simos. Mission abgreifen. Ja, das ist echt ein verrücktes Sau, dieser Simos. Ich habe letztens ein paar Gegenden hier ein bisschen erobert und auch mein Auto ein bisschen verändert, damit es ein bisschen cooler aussieht. Und auch mir ein paar andere Klamotten wieder geholt. Es geht weiterer. Also, es geht weiterer. Rammen oder nicht gerahmt werden? Das ist hier die Frage. Das war krass. Immer so spät drauf aufmerksam machen. Ja, du blöder Bus. Verschwinde da. Ich komm jetzt. Was ist denn da? Das war's für heute. Obwohl ich gegen so viele Autos gefahren bin, habe ich immer noch ein heiles Auto. Wenn die Saints bleiben, müssen wir die Morningstar rauskommen. Ich arbeite bereits in der Stadt, aber diese Möte sind überall. Oh, ich bin hier zu helfen, Baby. Ich weiß, dass die Möte sind, die Morningstar arbeiten können. Wir können unsere Stable bauen und die De Winter-Sisters zusammenarbeiten. Ja, in seinem Gebet. Ja, jetzt müssen wir in fünf Minuten jetzt diese Nutten vor ihren Zuhältern beschützen und sie zu Siemos bringen. Das ist ein schweres Verkehrsschränkmal. 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 Das ist ein sehr, was ich mit dem Schatten fangen kann. Will der Container weg da? Was hat das für ein Schatten hängt? Was ist das für? Was ist das für? Was ist das für ein Schmerz? Wisch! 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 I'm going for another ball That can't be good for this car Don't you come near me Pony cards are saved Yo! Das haben wir auch geschafft! Abgreifen geschafft! Und weiter geht's! Sooo Mal ein schönes Foto von uns schießen lassen Mal wieder Oder mal tun So, diese kleine Garage Abkaufen Hm? Ja 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 Dann Machen wir nochmal eine CMOS Mission Nämlich Nuttenverkehr Ja 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 Das war krass Ja 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 Okay Das war nicht geplant So jetzt In dieser Mission geht das genauso wie bei illegaler Handel Wir müssen CMOS schützen Weinen Vollen Scheiß Vischer Morgse Das idiomen Und so weiter Ja, ja, ja. I like to hear Any other arseholes need put down? we do business I'll hook you up I deliver them after work Jetzt komm jetzt irgendwie Simos in dein Auto, man. Dann können Sie einfach nicht verloren werden. Sie fahren wie ein realer Mann. Ich nehme zu avoid das, Trash. Das war's für heute. Oh, it never gets old! How's the supply? Gonna have to get my bitches to print more After this next drop Hold shit down while I do business These is the best girls in town I think you barely broke it I think you barely broke it We'll do 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 it You can't beat it Untertitelung. BR 2018 Anscheinend ist das olle Zeug auf dem Dach. Nein, doch nicht. Ah, guck mal, wieder nicht hoch. So. Noch ein bisschen einen Laden kaufen, damit wir hier auch ein bisschen Bandenverstärkung so kriegen können. Denn wenn ich so Bereiche von diesen Bezirken übernehme, dann werden die je nach einer Zeit nicht mehr Morningstar-Leute rumlaufen, sondern meine Leute. So, ich werde jetzt mir wieder Bargeldtransferierung machen. Und mit dem Telefon werde ich mir jetzt wieder ein Auto besorgen. Und jetzt werde ich dann wieder noch ein Auftrag von Siemos machen. Escorte. You got good timing. My girls need a driver. What do I look like to you? Someone who can keep them safe while they turn tricks and make us money. And all I gotta do is drive them? That's right. How more can that be? Du bist überrascht. Zum Beispiel illegaler Handel und sowas, damit erhalten wir dann auch Zugriff, erobern wir auch Bereiche von Bezirken und so erhalten wir dann die Kontrolle über die Stadt. Ja, ja, du siehst mein Bild. So, Leute, jetzt müssten wir einen Typen hier abholen, dann dürfen wir nicht von den blauen Leuten beobachtet werden, sonst kriegen wir Bildmaterial und wenn das Bildmaterialzeichen voll ist, ist die Mission gescheitert. Wir müssen die Lust auf 100% haben, dass diese roten Punkte, die jetzt aufbauen, das sind dann unsere Verfolger und das heißt, wir müssten uns jetzt ganz schön Gas geben. Oder mal gesagt, die blauen Punkte sind das. Oh Mann, du blödes Auto, fahr. Das ist das, das ist das Ding. Es ist einfach nicht das gleiche in der Fahrt. Ich liebe es, Dage-Style. Das ist neu zu mir! Das ist richtig. Da, da! Ja! Du willst mich zu sein, Naughty. Abonnieren andere Fahrzeuge? Wir holen ein paar Freunde, Baby. Du musst mich nicht verletzen. Das war ein guter Ding, dass ich mich verletzt habe. Es war ein guter Ding, dass ich mich verletzt habe. Immer Spaß mit mehreren. Fokus auf diese Scheiße! Ich liebe es, Dage-Style. Du sicher kannst du eine Frau glücklich machen. Okay, beginnend zu spüren. Eskorte haben wir auch geschafft. Ja, ich glaube, ich mache noch eine Mission und dann mache ich eine Aufnahdepause, Leute. Ja, wie es aussieht, haben wir jetzt diese Nebenmissionen zur Freischaltung von CMOS als Begleiter anscheinend fertig. Jetzt kommt so eine Art, diese Story. Es sind immer so drei bis vier Missionen vorher und dann kommt so eine Art Story-Modus mit CMOS, wie es aussieht. Also, tja, werde ich anscheinend hier doch jetzt schon mal eine Aufnahmepause machen. Weil diese Storys sind immer etwas länger und deswegen sage ich jetzt auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Science Road hat ridet. Meine Gang gegen alles andere, was hier noch so passiert. Tschau! Schau! 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 Schau!